Ja, ja liebe Leute, an den Docks gesessen und gewartet und gewartet und irgendwann kam er vorbei. Mein Freund, der Seemann, kam er und er nahm mich mit in die Kneipe, in ihrem Hafen, gleich in die Ecke, in eine Bar. Ja, ja. Und dort erzählt er mir seine Geschichte, sein Seemannsgar. Er ist ein alter Mann geworden, 10.000 Meilen auf See. Ja, ja. Ist er geschimmert und er hat viel zu erzählen? Und heute gibt es mal seine Geschichte. Gute sind noch draußen, Kneipe ist noch leer. Außer mir nur der alte Köppen, der ist immer hier. Hier fährt mich wehren. Ich sitz nie jeden Nachmittag und prüfe den Raum. Nach dem dritten Glasstuhl singt er leise. Nichts auf einem Seemannsgar. Und wir träumen von seinen guten Tagen. Da konnte er zehnmal mehr vertragen. Da, 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 da. Da, 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 da. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020